Uwe? Ja? Was machen wir denn jetzt hier? Pass auf, zeige ich dir. Oh! Das machen wir aber nicht in Kiel. Ne, das machen wir nicht in Kiel, aber wir machen was anderes. Was machen wir da? Wir feiern. Wir feiern. Und was feiern wir? Bei dir? Meine 20 Millionen Aufrufe auf YouTube. Und bei uns, bei Klicksocken, 200.000 Abonnenten. So sieht's aus. Und ihr könnt noch mit anderen YouTubern mit uns zusammen feiern. Genau. Und wo genau? In Kiel im Atrium. Und mit dabei sind noch Cheng und Waititi. Du. Genau. Und du. Genau. Und noch ganz viele andere hübsche Mädels sind da. Hübsche Jungs. Also kommt vorbei. Wir freuen uns. Wenn was du sagst.